Nach zwei erfolgreichen Staffeln gehen unsere Truckerbabes wieder auf Tour. Und Abflug! Mit alten Hasen. Oh, ich bin schon eine geile Schnitter, Mann. Und neuen Babes. Die Straße ist so schlecht am Morgen. Hey, kennen wir schon. Spottweh haben. Geben sie weiterhin den Ton ein. Ey, was machst du hier? Ach, Spasti. Ruhig blut, Mutti. Zuerst Montag. Truckerbabes, die neue Staffel. Ab 6. Januar um 20.15 Uhr bei Kabel 1. Untertitelung des ZDF für funk, 2017